Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung zum Film Schwimmen und bei dem war es so, dass wir den einfach unaufgefordert quasi zugeschickt bekommen haben. Das muss jetzt erstmal nichts bedeuten, ganz im Gegenteil. Ich habe mir den angeschaut und der liebe Stu hat das auch gemacht. Wir haben den Film auseinandergenommen, den man erst einmal für einen Coming-of-Age-Film halten könnte. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht und deswegen gibt es noch ein paar mehr Details, die wir euch in unserer Besprechung verraten. Im Anschluss gibt es noch eine Besprechung zum Film Idiotin der Familie. Da weiß ich gar nichts zu, außer dass der wohl beim Filmfest in München gelaufen ist und ich glaube auch schon im letzten Jahr. Und die liebe Kati als auch der Steffen vom Podcast Video mit Schnitt haben sich diesen Film zu Hause angeschaut, hier ein Doppel aufgezeichnet. Und das könnt ihr euch jetzt einfach mal so geben. Und dann gibt es noch ein Doppel. Das macht dann ja bei drei Doppeln insgesamt sechs Leute, die in dieser Ausgabe hören können. Das ist ein bisschen fantastisch. Und zwar zum Film Hush, Batman Hush genau genommen. Das ist einer von diesen Batman Animated Filmen, die gerade wirklich ziemlich regelmäßig erscheinen und ganz unterschiedlichste Qualitäten mitbringen. Das ist ein Film, den ich auch unbedingt noch sehen möchte. Und hier haben sich mal wieder endlich glücklicherweise Mark und Patrick diesem Film gewidmet. Die beiden Hübschen haben zuletzt auch den Film für das Crossover besprochen, wo Batman auf Turtles getroffen ist. Und Hush ist jetzt so ein Film, der wieder eine ganz fantastische Vorlage hat. Ob man es schafft, diese doch letztlich irgendwie auch sehr große Vorlage hier in einen Film dieser Art zu packen, das kriegt ihr raus. Also wenn ihr die Besprechung von den beiden hört, ich kann euch versprechen, das sind definitiv Batman-Nerds, die auch alles vor Jahren schon gelesen haben und die jedes Detail kennen, das man kennen kann. Und ich denke, dass das hier total, also fachgesimpelt Deluxe wird. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Upload, blub. Ich sage hier schon gar keine ganzen Sätze mehr. Ihr wisst ja genau, wo ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns doch zum Beispiel einfach mal eine E-Mail an info-stammtisch.de. Das könnt ihr unbedingt mal machen, denn dann habt ihr die Möglichkeit, direkt in Kontakten mit zu stehen, mich direkt zu kontaktieren. Und das wäre total knorky. Ihr könnt uns bewerten bei Apple Podcast, auf Google, auf Facebook. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das tut dem Telestammtisch doch auch sehr gut. Macht das bitte mal. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung eines Films mit dem Titel Schwimmen. Der kommt am 12. September 2019 in die deutschen Kinos, ist offiziell ein Drama laut IMDb und Regisseurin ist Lucy Luz. Ich habe den Film gesehen und werde an dieser Stelle aber kein Solo von mir geben, denn ich gehe hier heute mit jemandem quasi ins Freibad, der den Film auch gesehen hat. Beziehungsweise frage ich mich, ob wir uns dabei beide ein bisschen nass machen. Jemand, der in letzter Zeit wirklich richtig viel beim Telestammtisch gerissen hat. Er ist so ein bisschen sowas wie die ewige Flamme des Telestammtisch. Unser Standspein für Pressevorführungen in Köln. Moinst du? Hallo Andi und vielen Dank für die Blumen. Dann lass uns mal nass werden. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir uns hier nass machen. Ist aber wirklich schon ein bisschen her, dass wir beide zusammen die Freude hatten, oder? Ich glaube tatsächlich Captain Marvel war das letzte Mal. Und davor hast du mit mir Sweethearts gemacht. Das war ja meine Taufe. Mhm. Ja. Krass, ne? Also ich habe ja natürlich alles gehört von dem, was du hier bei uns rausballerst. Und habe auch echt einiges gehört von dem, was du beim Movie Break machst. Und habe so ein bisschen das Gefühl, als hätten wir, also als hätte ich quasi immer mit dir irgendwas gemacht. Aber das ist halt diese Podcast-Erfahrung, ne? Wenn man nur hört, aber dann quasi nicht interagiert. Ja, wir haben ja auch abseits von Podcasts ja über die sozialen Netzwerke auch einiges an Kontakt. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also beste Freunde. Quasi. Sagen wir, wie es ist. Exakt so sieht es aus. Erwischt. Jo. Und hier geht es heute um Schwimmen. Und Schwimmen hast du auch gesehen, ne? Ja, habe ich auch gesehen. Ich nehme mal an, wir beide hatten den gleichen Streaming-Link vom Verleih. Und den haben wir uns angeguckt. So sieht es nämlich aus. Und ich muss sagen, was mir hier echt bei der Aktion so ein bisschen aufgefallen ist. Ganz selten kriegt man von der Agentur mit derselben E-Mail, in der überhaupt erstmals vom Film die Rede ist, auch gleich die Zugangsdaten geschickt. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und ich weiß nicht so genau, ob ich da skeptisch sein soll. Schwimmen ist halt einfach ein kleiner deutscher Film. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend. Also ganz ehrlich, wenn jetzt die Marvel Studios jetzt sagen würden, hier ist Avengers Endgame und hier ist der Streaming-Link. Viel Spaß. Wäre das, glaube ich, eine andere Situation. Aber ich glaube, bei so einem kleinen deutschen Film wie Schwimmen ist das jetzt nicht so überraschend. Und kleiner deutscher Film, auch ob das Thema Schwimmen hier überhaupt eine großartige Rolle spielt, werden wir gleich besprechen. Das ist ja nun nicht einfach nur ein Drama. Man muss ja auf jeden Fall auch die Genre-Bezeichnung Coming of Age in den Raum werfen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wovon Schwimmen aka Swimming, wie auf Englisch heißt, wovon er überhaupt handelt. Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass wir beide die perfekten Gesprächspartner für diesen Film sind. Denn es geht um zwei 15-jährige Mädchen. Und wer könnte einen Film über zwei 15-jährige Mädchen besser talken als zwei Männer um die 30? Exakt. Ja, also es geht um Elisa und Antena. Das sind halt, wie gesagt, zwei Mädels so um die 15, 16, die gemeinsam auf die Schule gehen. Und da würde ich sagen, eher so den Posten der Außenseiter innehaben. Und eine von den beiden, ich weiß gerade nicht welche, hat das Problem, ihre Mutter hat sich gerade von ihrem Vater getrennt und sie sind halt umgezogen innerhalb von Berlin. Und sie fällt halt, ja, regelmäßig um, wird ohnmächtig. Und das verschweigt sie ihrer Mutter. Und mit ihrer neuen Freundin findet sie dann, sag ich mal, so ein bisschen Lebensglück zurück. Und die beiden entwickeln dann eine Art Hobby und zwar beginnen sie, ihre Mitschüler zu filmen bei allerhand peinlicher Situation und stellen diese Videos dann ins Internet und lösen damit, ja, ich würde sagen, eine dramatische Kettenreaktion aus. Definitiv. Wie dramatisch die allerdings auf den Zuschauer wirkt, ist eine Frage, die ich glaube ich gar nicht so richtig beantworten kann. Ich habe den Film ja auch komplett gesehen und fand die auf jeden Fall alles andere als schlecht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe hier so ein Standardwerk gesehen von allem, was das Coming-of-Age-Genre mir zu bieten hat. Ich habe zuletzt zum Beispiel hier besprochen für den Tele-Stammtisch, den Film A Measure of Man. Da ging es um einen jungen Mann, der so ein bisschen in der Findungsphase ist. Der ist ein bisschen stämmiger und verbringt seinen Sommer in irgendeinem amerikanischen See und muss dann eben arbeiten. Hast du nicht gesehen, da gibt es da eben auch Mobbing-Vorfälle und er muss sich gegenüber anderen durchsetzen. Und letztlich sind das genau die Themen, die auch hier bei Schwimmen irgendwie eine Rolle gespielt haben, oder? Ja, ich habe jetzt den von dir erwähnten Film nicht gesehen. Aber was man halt sagen kann, ist, dass die Regisseurin, Lucy Lohse, du hast sie gerade eben so ein bisschen ausgesprochen, dass ich dachte, du meinst Lucy Lou? Stimmt. Dass die schon sehr darauf bedacht ist, dass das Ganze sehr authentisch, lebensnah und realistisch wirkt. Also das ist jetzt kein Coming-of-Age-Film, wie man ihn jetzt aus den amerikanischen Kinos kennt, wo dann noch eine ganze Prise Feel-Good-Movie mit drin ist. Das wirkt alles sehr grau, trist und ja, sehr erdrückend. Also das ist kein Film, nachdem man das Gefühl hat, so wow, es ist schön am Leben zu sein. Ist vor allem auch ein sehr urbaner Film. Also er spielt in der Stadt, wir sehen viele Häuser von innen und von außen. Wir sehen, keine Ahnung, also relativ wenig, so sage ich mal, so Landschaftsaufnahmen und tolle Spaziergänge im Wald. Wir sehen so ein bisschen den Ausflug zu einem Seen im Großen am Ende des Films noch. Aber letztlich ist es vor allem auch, wie ich finde, ein sehr urbaner Film. Dieses Thema Schwimmen, das ja letztlich auch den Titel gibt. Was ist denn das aus deiner Auffassung, wie wichtig ist das denn überhaupt für den Film? Ja, ganz viele dieser wichtigen Szenen finden im Wasser statt. Ja, also es gibt ja eine Szene, wo sie halt von ihren Mitschülern so unter Wasser gedrückt wird und nicht hochkommt und alles versucht, was man ja auch als Sinnbild deuten kann, dafür, wo sich gerade diese Person halt befindet, also in welchem Lesungsabschnitt. Dann gibt es ja auch eine Art Wette, die sie einlösen. Da wollen sie halt zu so einer Boje schwimmen, was sie schaffen. Schwimmen, ja, das ist ja dann auch wieder so ein Sinnbild für Grenzen überwinden und zum Schluss steht halt eine der Figuren halt alleine an diesem See. Und ich hatte dieses Schwimmen immer so als Sinnbild verstanden. Das heißt ja auch immer im Englischen Swim against, ja, so gegen etwas ankämpfen, gegen etwas anschwimmen. Und so habe ich es verstanden, dass dieses Schwimmen vielleicht dafür steht, dass diese Streiche, die sie machen, oder nicht Streiche, diese Filmaufnahmen, die sie machen, dass das sozusagen eher ihr Schwimmen ist, um sich endlich frei zu schwimmen. Also so habe ich es aufgefasst. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich nicht. Aber in meiner Welt macht diese Deutung Sinn. Auf jeden Fall. Und generell vielleicht auch so dieses Oberwasser behalten oder vielleicht in einem gewissen Rahmen auch gefühlt gegen den Strom schwimmen. Das sind vielleicht auch Themen, die da durchaus eine Rolle spielen könnten. Genau, weil... Da kann man reininterpretieren, wenn man möchte. Ja, weil die beiden Figuren ja auch wirklich sehr rebellisch veranlagt sind. Die eine ist halt mehr introvertiert rebellisch und die andere ist mehr extrovertiert rebellisch. Aber sie haben halt, wie ich ja schon sagte, schon diesen Stand von Außenseitern. Und man ist ja meistens immer dann ein Außenseiter, zumindest wenn man in die Schule geht, wenn man halt eben nicht mit der Masse mitgeht. Kommen wir doch vielleicht nur auf die beiden Protagonisten im Detail nochmal ein bisschen zu sprechen. Du hast sie jetzt ja beide schon erwähnt. Und die zentrale Rolle spielt ja diese Elisa, gespielt von Stephanie Amarell. Das sind ja Deutsche alles, da muss man keinen englischen Dialekt aufsetzen. Die kennt man genau wie ihre Schauspielkollegin wohl aus Dark. Ich habe Dark, glaube ich, nur die erste Folge bis jetzt gesehen. Da ist sie mir jetzt nicht weiter aufgefallen. Aber Dark feiert ja mega die Erfolge auf Netflix. Und wohl auch aus der Serie Das Weiße Band. Da gab es doch weißen Bänder, die roten Bänder. Das verwechsel ich gerade. Das Weiße Band ist, glaube ich, irgendwas anderes. Kennst du das? Das Weiße Band ist ein Drama von Michael Haneke und was du meinst, ist Club der roten Bänder. Genau, exakt. Dann verwechsel ich das, ja. Okay, cool. Also aus Dark kann man die scheinbar kennen. Und die, naja, wie du schon sagst, wir sind jetzt eben halt offensichtlich keine 16-jährigen jungen Frauen, sondern eben Kerle. Also mit der hatte ich so meine Schwierigkeiten. Oder ich formuliere es mal so rum. Sie hat es geschafft, die Rolle so darzustellen, dass ich sie als, ja, nachvollziehbare, aber letztlich irgendwie auch schwierige bis anstrengende junge 16-Jährige wahrgenommen habe. Und mir ist es natürlich nicht immer so leicht, auch nachzuvollziehen, warum sie gerade tickt, wie sie tickt. Warum sie so mega introvertiert ist. Warum sie gerade zu Beginn des Films zum Beispiel die Welt sehr durch ihre Kamera wahrnimmt, die sie wohl gefunden hat. Das ist die wohl Kamera, die ursprünglich ihrem Vater gehörte. Also die war, ja, schwierig für mich zu durchschauen. Ging dir das ähnlich? Ja, und das fand ich war eine der größten Schwächen des Films, das ja eigentlich, wie ich fand, sehr authentische Figuren hatte. Das aber alles so ein bisschen umgesetzt hat, so mit diesem, das ist Kunststempel. Ja. Ich fand halt, dass es ganz viele Momente gab, wo diese authentischen Figuren einfach so wirkten, als wäre das jetzt wirklich so ein Kunstprojekt. Also das hat sich immer so ein bisschen gebissen, fand ich. Mhm. Ja. Weil du da jetzt mehr auf die Dialoge gehst oder weil jetzt wegen der Kamerafahrten der Lichter oder woran genau machst du das fest? Also natürlich einmal die Inszenierung ist, wie ich ja schon gesagt habe, sehr realistisch. Du hast ja auch das Wort urban gesagt. Also man kauft diesem Film wirklich zu jeder Sekunde ab, dass er wirklich in Berlin spielt, ohne jetzt, dass er uns mit diesen Touri-Fotos oder Bildern überfüttert. Und das ist, wie gesagt, sehr urban. Und also man kann den Beton schmecken. Und diese Schule sieht auch jetzt nicht aus wie bei Fuck You Goethe, dass man denkt, das ist irgendwie ein Traum von einer Zuckerfabrik, sondern es wirkt wirklich echt. Und da hatte ich das Problem, dass die Interaktionen zwischen den Leuten oftmals für mich unecht wirkten. Ja? Mhm. Vor allem zwischen den beiden. Es hatte halt einfach für mich immer so diese Wirkung, ich will jetzt versuchen, dass das Kunst ist. Ich will jetzt, dass das einen großen, großen Mehrwert hat. Und das hat diesem Film so ein Gewicht auf die Schultern verlagert. Das tat ihm nicht ganz gut. Ich fand es teilweise sehr anstrengend, sodass mich der Film hin und wieder wirklich verloren hat. Und dann war es halt immer wieder schwierig, wieder so reinzukommen. Und das fand ich schade, weil gerade so zu Beginn fand ich, war da schon alles ganz interessant. Ja, gerade beim Beginn ist aber einer der Punkte, die du gerade angesprochen hast, was mir ein bisschen komisch aufgestoßen ist. Wenn du von der Interaktion der Figuren sprichst. Wir haben ja noch diese zweite Figur, Anthea, gespielt von Lisa Vicari, die man eben wohl auch aus Dark kennt. Dann ist die noch bei diversen weiteren Sachen dabei gewesen. Und wenn mein Rechner nicht gerade hängen würde, könnte ich euch noch sagen, dass es bei Hanni und Nanni gewesen ist. Daher kann man die wohl noch kennen. Aber dann gibt es eben den Moment, wo die offensichtlich zusammenfinden. Und den verstehe ich nicht. Woher kommt die Motivation von Anthea, die ja eben so ein bisschen selbstständiger ist, die schon ein bisschen cooler ist, ein bisschen reifer schon, die die coolen Tipps geben kann, wie man zum Beispiel in den Club kommt und so. Welche Motivation hat die, sich jetzt der Elisa anzunehmen und für die so ein bisschen die beste Freundin zu geben? Das raffe ich nicht. Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Und ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Es hatte so ein bisschen so, in Oldboy heißt es ja, dass einsame Menschen immer Ameisen sehen. Vielleicht haben die beiden einfach die gleiche Ameise gesehen. Ich weiß es nicht. Das hat mich auch ein bisschen, nicht gestört, das hat mich rausgebracht. Weil der Film wirklich schöne Stellen hatte. Ich fand zum Beispiel die erste Szene am See, wenn so gezeigt wird, wie die Jugendlichen halt eben wirklich abhängen. Das hat mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert. Ja, das lief ähnlich ab. Nur, dass wir halt, ich glaube, das kann ich sagen, wir waren halt nicht so große Mobber, hoffe ich zumindest. Weil das kann man sagen, es gibt eine Stelle, die fand ich wirklich heftig, da, ich sag mal jetzt kleine Mini-Spoiler-Warnung. Ich hab ja schon gesagt, dieses eine Mädchen immer in Ohnmacht fällt. Und das passiert ja einmal nach dem Schwimmen in der Dusche. Und da gibt es halt so ein paar Drecksäcke von Mitschülern, die das ausnutzen. Und ich würde sagen, das ist schon ein, ja, ich würde sagen, ein Anführungszeichen leichter sexueller Missbrauch. So würde ich es deuten. Also das ist halt eine Sache, wo ich halt echt schockiert war und dachte eigentlich, dass der Film darauf mehr eingeht. Ja, ist ein interessanter Punkt. Also insbesondere dieses Bloßstellen, Bloßstellen durch, auch wirklich klar durch Videos, ja, was in diesem Film eine Rolle gespielt. Also so viel kann man sagen, die wollen dann, irgendwo gibt es den Moment, wo die sich rächen wollen für eine Sache, die passiert ist. Und da gibt es eine Liste an Menschen, die die sich halt quasi vorknöpfen wollen. Und dieses Thema, jemanden quasi bei etwas zu filmen, was ihm sehr unangenehm ist. Und das Ganze dann in einem gewissen kleinen Rahmen, meinetwegen in so einer Klassen-WhatsApp-Gruppe oder ähnliches, da quasi dann zu posten. Das ist was, was hier durchaus eben ein wiederkehrendes Motiv ist. Und wir kennen das zum Beispiel aus einem Film namens Assassination Nation, den wir hier beim Heimkinostart besprochen haben. Da ist das wohl auch so, da nimmt das deutlich blutigere und extremere Ausmaße an. Aber das ist natürlich ein bisschen interessant, dass das ja Thematik ist, insbesondere eben auch das von dir angesprochene Mobbing, das damit ja auch zusammenhängt. Das kenne ich so aus meiner Kindheit auch nicht oder aus meiner vergleichbaren Jugend. Das ist mir irgendwie ganz neu. Und was mir auch ganz neu ist, beziehungsweise in diesem Ausmaß ganz neu ist, und ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich eben nicht in Berlin groß geworden bin, sondern in einer Thüringer Großstadt oder eben dann auch jahrelang in Frankfurt gewohnt habe. Aber dieser extreme Drogenkonsum, der sich im Laufe des Films bei einigen Protagonisten einstellt, der ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß nicht, wie realistisch der ist. Ah, das sind die Berliner, ne? Mhm. Also, da gebe ich dir auch recht, ich fand das auch seltsam. Also, ich dachte auf, was ist jetzt los? Wird es jetzt zum Drogendrama? Aber wie gesagt, vielleicht ist das einfach so ein Zerrbild der heutigen Jugend. Ich meine, wer weiß das schon? Ich bin da raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider. Also, ich habe mich tatsächlich nach dem Film wirklich alt gefühlt, muss ich gestehen. Mhm. Du bist also aus dem Age auf jeden Fall rausgekommen, äh, na. Okay, ich habe versucht, irgendwas Schlaues mit Coming of Age zu machen, aber es ist nicht geglückt. Gut, gibt es denn noch Punkte auf deiner imaginären Liste, die wir jetzt hier bei der Besprechung anbringen sollten? Ich würde vielleicht noch sagen, dass das jetzt alles sehr kritisch war und der Film ist nicht perfekt, aber ich fand für einen Debütfilm, die Luzi Lohse hat ja auch das Drehbuch geschrieben, war das schon sehr gut umgesetzt. Und da gab es wirklich viele gute und interessante Szenen und die Darsteller haben mir auch gefallen, dass ich halt sagen würde, für mich definitiv jetzt kein Grund ins Kino zu gehen, ähm, aber wenn der mal irgendwann, weiß ich, abends im ZDF auf Dreisat Arte oder WDR läuft oder irgendwie andere Programme oder auf Netflix und Amazon, äh, und man gewillt ist, sich auf so eine Art von Film einzulassen, sollte man wirklich mal einen Blick riskieren. Also, das ist ein deutsches Kino, was man durchaus unterstützen sollte, finde ich. Ja, da sind wir uns einig. Das würde ich dann auch als deine Bewertung interpretieren. Willst du gleich noch dein Fazit mit der Punktevergabe und der eventuellen Zielgruppe hinterher schieben? Äh, ja, Zielgruppe ist schwierig, weil ich glaube, ganz ehrlich, die meisten 15-jährigen Mädchen finden den Film saulangweilig, glaube ich nicht. Ähm, die gucken sich da wahrscheinlich doch lieber mehr so Blockbuster-ige Filme an. Aber ich würde jetzt gut gemeinte dreieinhalb Punkte geben. Mhm. Ähm, und bin gespannt, was die Regisseurin als nächstes macht. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und, äh, toi, toi, toi für die Zukunft und, äh, für das Regiedebüt war das schon mal eine gute Marke. Bei mir sieht es insgesamt relativ ähnlich aus. Auch wenn da natürlich jetzt ein paar Punkte mitgeschwommen sind, die da vielleicht ein bisschen negativ klangen. Aber letztlich ist es einfach ein Coming-of-Age-Film, wie viele andere vorher auch schon. Spätestens seit Lady Bird muss man aber eben als Film dieses Genres auch so ein bisschen mit irgendwelchen Besonderheiten hervorstechen. Und leider aber sicher tut das der Film irgendwie nicht so. Also ich habe den gesehen und gerade eben, weil ich vor kurzem erst Measure of Man gesehen hatte, der bei mir jetzt auch nicht voll durchgestartet ist. Und ich auch den eben genannten, sehr hochgelobten Lady Bird auch nur okay bis gut fand. Muss ich wohl sagen, ich bin, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich kann mich hier nicht vollends mit diesem Film identifizieren. Und ich habe auch bis zum Schluss irgendwie noch eine zweite Ebene gesucht. Irgendwas, was dem Film dann so eine, ja, sag ich mal, Rechtfertigung gibt. Irgendwas, was vielleicht den Kunstcharakter noch unterstützt. Irgendwas, meinetwegen, wenn es um diese Videos geht, was da noch so ein bisschen einfach mehr ins Detail geht, mehr in die Tiefe. Das habe ich hier in der Form leider nicht bekommen. Ich bekomme zwei nette, gut geschauspielte junge Frauenfiguren gezeigt, die einen netten Ausschnitt ihres Lebens präsentieren. Und das war es dann irgendwie auch. Das klingt jetzt vielleicht, wie gesagt, ein bisschen negativer als gemeint ist. Ich komme da bei gut gemeinten, ja, sagen wir drei von fünf Punkten raus. Und bin mir auch nicht sicher, was genau die Zielgruppe sein könnte. Definitiv nichts für Schulklassen. Nichts, was sich junge Frauen oder junge Männer wohl privat irgendwie mal eben nebenbei angucken. Wer vielleicht Bock hatte, sich die Schauspielerin nochmal ein bisschen mehr zu geben, weil er sie bei Dark entdeckt hat und das total toll fand, der kann mal reingucken. Und alle anderen warten vielleicht drauf, dass, wie du schon sagst, das in irgendeiner Mediathek aufpoppt. Jo, das wäre es gewesen. Stu, es war mir eine Freude. Ein Kompliment, das ich nur zurückgeben kann. Okidok, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao. Guten Tag. Hallo. Hier sind Steffen und Kathi und Kathi. Hallo. Vom Videomission Podcast. Und wir haben eine Pressevorführung gerade gesehen des Filmes Idioten der Familie. Ja, genau. War meine erste Pressevorführung. Das ist auch nur so halb wahr. Wir waren ja gemeinsam in Cleo. Das stimmt. Das stimmt, das ist richtig. Idioten der Familie ist ein Film von Michael Klier. Fünf Hauptfiguren haben wir dargestellt. Mit von Dilitz Stangenberg, Jördis Triebel, Hanno Koffler, Florian Stetter und Kai Scheewe. Es ist eine deutsche Produktion. Geht 102 Minuten und wird jetzt im September starten. Und ja, es ist kein leichter Film. Geht um fünf Geschwister, die zusammenkommen. Oh Gott, ja, wie beschreibt man das vernünftig? Das letzte Wochenende in Freiheit für das Nesthäkchen. Das ist die jüngste Schwester von den fünfen. Genannt Genie. Ich glaube, die heißt Christine, heißt sie, glaube ich. Christine, Christiane, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, aber wird immer Genie genannt, weil das ist wahrscheinlich die Art, wie die Frau das selber ausspricht. Die ist, oh Gott, geistig behindert. So, das kann man, glaube ich, ganz wertfrei erst mal sagen. Ungefähr auf dem Stand von einem Kind. Und wird von ihrer Schwester Heli betreut. Und die Brüder kommen jetzt dazu und verbringen eben in dieser Familie nochmal so dieses letzte Wochenende, bevor Genie ins Heim geht, ins Betreute wohnen. Genau. Uff. Ja, es ist vom Setting ein Kammerspiel. Es ist ein Kammerspiel, ja. Es spielt alles in dem Häuschen am Rande von Berlin. Ich fühlte mich da sehr daran erinnert. Meine Stiefoma hatte so ein Häuschen in Falkensee. Das ist so ein Vorwort von Berlin. Das hat mich direkt reingezogen so. Die Geschwister sind alle erwachsen. Also auch Genie als Jüngste ist, ich hätte gesagt, mindestens Mitte 20. Die Schauspielerin ist Ende 20, ich glaube 29, 30 inzwischen. Ja, die anderen sind alle älter, logischerweise, wenn sie das Nesthäkchen ist. Und die drei Brüder der Familie, Bruno, Tommy und Frederik, Freddy, haben sich bisher nicht um Genie gekümmert, sondern ihr eigenes Ding gemacht, auf die eine oder andere Art. Und Heli, die älteste Schwester, und ich glaube auch das älteste Geschwisterkind, ich bin mir nicht ganz sicher, hat quasi nach dem Tod... Ich glaube, Frederik ist älter, der sagt das, glaube ich, einer. Ja, ja, der ist, glaube ich, insgesamt der Älteste und sie ist die Zweitälteste, meine ich. Wie sowas, ja. Heli hat sich jedenfalls seit dem Tod der Eltern um Genie gekümmert. Die Regelung der Eltern, das erfährt man im Laufe des Films, lautet da auch, wer sich um Genie kümmert, der darf auch in dem Haus wohnen, das die Eltern haben. Heli hat das auch gerade irgendwie alles neu gemalert oder ist so mittendrin, da stehen immer noch ein paar Handwerkssachen rum und so. Also Familienleben ist da nicht so richtig üppig, ne? Die haben schon eine gute Beziehung zueinander, auch eine sehr nahe Beziehung, eine enge Beziehung zueinander. Das merkt man so, also die sind auch vor Körperkontakt nicht scheu. Die haben alle ihr Päckchen zu tragen und pardon my French, alle von denen sind Arschlöcher. Ja. Alle auf ihre Art haben so ihren Schlag weg, möchte ich mal sagen. Das ist eine Künstlerinnenfamilie, zwei davon sind Musiker. Heli ist eigentlich Malerin, das kommt so über den Film heraus. Und die fühlen sich durch die geistig behinderte Schwester alle so ein bisschen auf ihre Art blockiert. Obwohl die Einzige, die ja wirklich damit Tag für Tag zu kämpfen hat, die Heli ist. Genie hat auch merklich zu ihren Brüdern das schlechteste Verhältnis. Die kommen wohl offenbar nur so sporadisch Malereien, wirken auf sie auch wohl eher wie Fremde. Und Heli ist wirklich so Mutterersatz, das merkst du. Sie schreit halt häufig nach der Schwester. Ich fand das halt so krass, also am Anfang wird gesagt, die Brüder sind da. Und Genie rennt erstmal weg, weil das wohl ein Trigger ist für sie. Und wie das alles genau so zusammenhängt mit der Familiengeschichte und dies und das, das erfährt man halt auch erst im Laufe der Dialoge. Und das fand ich toll. Also das war so ein Ding, du kriegst halt nicht von vornherein die ganze Familiengeschichte so vor die Füße gekotzt, sondern musst dir das halt aus den Dialogen der Figuren so ein bisschen zusammensuchen. Das ist manchmal so ein bisschen Show-to-tell. Weil halt doch sehr viel so im Anwesenheit der Figuren erzählt wird. Ja, du hast ja das mal gemacht, du hast ja mal das gemacht. So die ganze Lebensgeschichte, obwohl alle im Raum das irgendwie wissen, warum wird mir das alles nochmal erklärt. Das ist dann für den Zuschauer, den da vor der Kinoleinwand sitzt und das alles noch irgendwie erfahren soll. Aber ansonsten fand ich das einen spannenden Kniff. Also innerhalb dieses Kammerspiels, wie du schon so schön gesagt hast, die Figuren erst kennenzulernen. Das war spannend, ja. Ich fand es tatsächlich, also ich habe es schon weit schlechter gemacht gesehen, dieses überflüssige Dialoge, die nur für den Zuschauer da sind oder die Zuschauerin. Ich fand es teilweise tatsächlich sehr gut, wie die sich einfach auch gegenseitig Dinge über sich selber erzählt haben, die die anderen in dem Sinne nicht wussten. Einfach indem sie mal angefangen haben, miteinander auch über ihre Gefühle zu reden. Was sie aber nicht sympathischer macht. Also ein paar sind per se unsympathisch, finde ich. Also der Bruno ist halt so ein richtiger Widerling. Bruno ist ganz furchtbar. Bruno ist aber auch so ein bisschen, der ist der einzige Nichtkünstler, der ist Geisteswissenschaftler. Der hat Ethnologie und Philosophie und noch ein paar andere Sachen studiert und versucht immer alles irgendwie so als Soziologe zu analysieren, was da in der Familie auch vor sich geht und die Leute immer zu triezen und meint immer, er versteht alle und kennt alle so gut und ist unfassbar ernst. Also der ist richtig, dem willst du einfach nur ans Gesicht schlagen. Tut mir leid, ich bin sonst nicht gewalttätig, aber... Aber die haben halt alle so ihre Macken und ich glaube, der ist sympathisch, das ist fast noch Tommy. Ja. Aber der ist auch so ein bisschen derjenige, der am wenigsten über sich Preis gibt, wo man merkt, den nehmen sie auch nicht so ganz ernst. Frederik ist so ein Frauenheld, also das ist der, der mit seiner Musikerkarriere auch tatsächlich dann das große Geld gemacht hat. Dem suppt die Arroganz aber aus jeder Pore. Ja. Das ist der Hammer. Ja. Na, Tommy ist so ein bisschen, ich sag mal, das emotionale Nesthäkchen fast, könnte man sagen. Der macht halt nicht den Eindruck, besonders lebenstüchtig zu sein. Also der ist freundlich, der kann am besten von den drei Brüdern noch mit Ginny umgehen, habe ich den Eindruck, weil er einfach locker und entspannt ist. So, also der, die beiden anderen zerdenken unheimlich viel und zerdenken das aus ihrer sehr egozentrischen Perspektive auch. Also egozentriker sind sie sowieso, die Brüder, muss man mal sagen. Ähm, aber Tommy ist noch der, der am lockersten damit umgeht, wobei auch er, also das tun sie aber alle, ähm, auf Ginny projiziert, was sie für den richtigen Lebensweg halten so ein bisschen. Und das war so witzig, weil es gibt so viele Szenen, wo, und wir reden gleich auch nochmal über die Darstellung von Ginny und ihrer Behinderung, ähm, wie Ginny halt eben so komplett anfängt auszubrechen. Mhm. Ähm, so komplett anfängt auszubrechen und dann vier Leute um sie herumstehen, auch Heli, die eigentlich mit ihr, ähm, also weiß umzugehen und komplett alle hilflos sind. Und keiner weiß, was jetzt passieren soll und dann irgendwas gemacht wird und es gibt dann später auch eine Szene, wo Heli nicht greifbar ist, die gegebenenfalls gewusst hätte, wie man dann umgeht und die Brüder wissen einfach nicht, wie man mit ihr umgeht. Und das ist so, so dieses, also dass auch Bruno beispielsweise ganz genau weiß, was bei ihr los ist und eine Meinung hat und das von außen beurteilen kann. Und ich hatte auch so Familien mit ihr, die kamen alle, alle paar Monate, einmal im Jahr oder sowas zu uns und die mussten mir dann Tipps geben, wie ich mein Leben zu führen habe, wo ich zum Teil nicht mal mehr wusste, wie die heißen, weil die so sehr klar waren oder oft nicht sicher war, wie die mit mir jetzt verwandt sind. Dass die mit mir verwandt waren, wusste ich schon, aber ich war mir nicht so sicher, wie. Und dass jetzt der Bruder von meiner Mutter auf meinem Vater war, ich wusste, mein Vater hat eine Schwester, meine Mutter hat ein paar Geschwister, aber manchmal kam da mein Onkel rein und ich wusste nicht, welcher Seite. Und das ist ja hier auch eine ganz ähnliche Situation, dass die Figuren in das Zimmer von Genie reinkommen und ihr erst mal erzählen müssen, du, ich bin dein Bruder. Und dann eben auf diese herablassende Art dann auch so. Auch eine sehr übergriffige, also das ist das, was, also ich hab, der Film hat mich richtig auf 180 gebracht zwischendurch, weil die Figuren, also vor allem die Brüder, unfassbar übergriffig sind in vielen Situationen, mit so einer Arroganz und Überheblichkeit. Genie hat auch keine Möglichkeit, und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, aufgrund der geistigen Behinderung ihre Zimmertür abzuschließen. Das heißt, jederzeit können da alle rein und raus rennen und tun das gegebenenfalls auch. Also, dass sie irgendwie für sich bestimmen kann, ich will jetzt hier einen Rückzugsraum haben und nicht gestört werden. Die Selbstbestimmtheit hat sie nicht, das hat mich unfassbar wütend gemacht. Zumal, da kommen wir dann aber auch noch drauf, ich bin keine Expertin für Menschen mit geistiger Behinderung, das will ich nicht behaupten. Ich fand's hier aber sehr schwer zu greifen, was, wie Genies geistige Behinderung dargestellt wird, was da vereint wird sozusagen an Symptomen. Da kommt einiges zusammen. Und das Ding ist tatsächlich, dass Genie hat eine Persönlichkeit, ich finde die in diesem Pressefolder auch unfassbar schlecht beschrieben. Das ist idealistisch. Da möchte ich bitte drauf hin, wir kriegen jetzt immer Presseflyer, also so eine Kladde mit zusammengetackerten Seiten, Beschreibungen von Cast und Produzenten und da gibt's die sogenannte Lockline, wo eben nochmal in einem kleinen Text beschrieben wird, was in dem Film grob passiert. Und da wird eben Genie beschrieben mit, sie erleben das Nesthaken auch in Klammern, weil sie ist das jüngste Mitglied, der Begriff für das jüngste Geschwister als Nesthaken auch wenn erwachsen sind, das finde ich noch legitim, das geht in Ordnung. Das hätte man für mich nicht in Klammern setzen müssen oder in Gänzefüßchen als unberechenbares Biest und die Situation im Hause eskaliert. Das ist ableistisch, Leute. Entschuldige mal, sie kann nichts dafür. Das ist nicht so, dass sie das, also es ist nicht so, dass sie das immer absichtlich macht. Das möchte ich bitte einschränken. Das ist nicht jedes Mal kalkuliert, sondern sie ist zu vielen Dingen einfach nicht in der Lage und jemanden mit Behinderung als Biest zu bezeichnen, weil dann tatsächlich mal irgendwann das Fass überläuft und dann einfach aggressiv reagiert wird, ist ableistisch. Ja. Das möchte ich bitte dazu sagen. Also ich will Menschen mit Behinderung, auch mit geistiger Behinderung nicht absprechen, dass sie, je nachdem auf welchem Level sie sind, durchaus Biest da sein können. Das ist schon korrekt, aber so wie sie hier im Film gezeigt wird, ist sie kein Biest, sondern sie ist einfach mit Situationen überfordert. Sie hat keine anderen Ausdrucksmöglichkeiten als die, die sie da äußert. Das ist am ehesten, ist es sogar schon noch Victim-Blaming, weil ihr wird einfach von den Geschwistern oft auch übel mitgespielt. Das ist Fremdbestimmung und Übergriff, was hier passiert. Das ist auch schonungslos und ehrlich dargestellt. Also da wird nicht beschönigt. Das sind alles Dinge, von denen ich mir vorstellen kann, also so widerlich und anstrengend die Figuren, also die Geschwister mit ihrer behinderten Schwester umgehen, das sind Dinge, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie im täglichen Umgang mit Behinderten passieren, sowohl in der häuslichen Pflege als auch in der stationären Pflege. Da gibt es oft genug Skandale, dass Leute auch sexuell dann angefasst werden, was sie dann nicht wollen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die passieren. Und das macht, ja, das macht den Film für mich einfach dann oft auch so, also der ist einfach sehr realistisch in dem Moment, auch wenn natürlich komplett überzeichnet und verdichtet in dem Moment. Ja, er ist auch sehr einseitig, finde ich, aber auch in dieser Darstellung. Was ich schön finde, weil du hast es gerade schon angesprochen, was heißt angesprochen, mit der sexuellen Belästigung, es wird gezeigt, dass Ginny durchaus ein sexuelles Interesse hat und dem auch nachgeht und nachgehen möchte und auch ein Recht dazu hat eigentlich. Ich finde die Art und Weise, wie es im Film verhandelt, wird ein bisschen schwierig. Dazu muss ich sagen, ich habe lange Jahre mit einer Kollegin zusammengearbeitet, deren Tochter war 16 oder 17, als ich sie kennengelernt habe, war geistig behindert, konnte besser sprechen als Ginny. Ginny spricht fast gar nicht im Film. Die Tochter konnte durchaus sprechen, hat aber auch viele Zusammenhänge so nicht verstanden und hatte daher gehen dann auch im Sozialen immer mal wieder Probleme im Umgang miteinander. Was ich von dort weiß, ist, dass es Usus ist, gerade weiblichen geistig Behinderten relativ früh die Pille zu verschreiben, einfach weil die sonst auch mit Dingen wie der Menstruation gar nicht gut umgehen können. Weil, wenn man ihnen sagen kann, hier immer, wenn das vorbei ist, dauert es ein paar Tage, dann blutest du, dann wenn das vorbei ist, nimmst du wieder die Pille. Damit können die arbeiten. Anders verstehen sie es oft nicht. Das heißt, du hast... Wir reden da auch gerade sehr allgemein über eine Sache, die wir selber gar nicht beurteilen können. Ich möchte jetzt auch nicht weiter in diesen Bereich reingehen. Ich fand aber gut, dass dieses Thema sexuelle Selbstbestimmung angesprochen worden ist und dann auch gezeigt worden ist. Und die geistig behinderte Genie hier nicht einfach nur so als Projektionsfläche für das Motiv des Films benutzt wird, sondern das ist, glaube ich, einer der stärksten Momente, wo sie wirklich selber handelt und auch selbst entschieden handelt. Allerdings nimmt man ihr dann eine Sekunde später komplett das Heft aus der Hand und macht dann wieder den gleichen Kram mit ihr wie vorher. Und eigentlich finde ich es auch schön zu sehen, wie die Figuren damit umgehen, weil einige sind davon nicht gerade begeistert, andere finden es okay. Die Schwester ist doch komplett gegen... Also alle wissen halt irgendwie immer besser, was mit dem Mädchen zu tun ist. Entschuldigung, was mit der Frau zu tun ist. Und sie sagt auch selber von sich, sie sei eine Frau. Also das ist das Wichtige, dass also der Bruder fragt sich irgendwann, bist du ein Mann oder eine Frau? Und sie versteht sich selber auch nicht als Kind, obwohl sie auf dem Stand ist. Und das war auch eine starke Szene. Wollen wir mal zu der Darstellung der Behinderung kommen. Wenn man eine Person im Rollstuhl darstellen möchte, ist es sinnvoll, eine rollstuhlfahrende Person zu benutzen und das einfach vernünftig darstellen zu können und dann nicht irgendwie wie ein Til Schweiger Basketballspiel über den Platz rollen zu lassen. Musste jetzt sein, tut mir leid. Kein Podcast ohne Til Schweiger. Das ist schon sinnvoll. Das geht hier nicht. Also du kannst niemand geistig Behindertes in diese Rolle stecken. Das geht in diesem Bezug nicht. Das heißt, da muss jemand ohne Behinderung eine Person mit Behinderung spielen. Da habe ich Verständnis für. Einerseits wirkt Ginny oft wie ein kleines Kind. Ist trotzig, ist wütend auch, spielt dann aber auch sehr viel, man verbringt auch sehr viel Zeit mit Ginny in diesem Film. Das ist also nicht nur die Kinder, nicht nur die Geschwister bestimmen über sie und dann wird das gezeigt, wie das ausgeführt wird, sondern man sieht sie, wie sie wirklich Dinge tut, wie sie bastelt, wie sie spielt, wie sie schneidet. Eine Spinne im Netz beobachtet und mit der Dinge tut oder einfach nur irgendwo rumliegt und denkt oder die Blumen gießt. Also man nimmt sich auch wirklich Zeit, diese Figur darzustellen. In manchen anderen Situationen wirkt sie aber wie eine Puppe und wird wirklich von den anderen so durch die Gegend geschleift. Und sie selber ist auch wirklich wie so eine Marionette an schlaffen Fäden und lässt sich so ein bisschen durch die Gegend bewegen auch. Das fand ich inkonsistent. Inkonsistent ist das richtige Wort. Das ist genau mein Problem, auch was ich mit der Darstellung habe. Also es gibt verschiedene Typen Menschen. Ich will das auch nicht pauschalisieren. Was ich von meiner Kollegin gehört habe und wie ich die Tochter erlebt habe, die war einfach unfassbar mitteilungsbedürftig. Am Anfang des Films fiel auch irgendwann der Satz, dass Ginny sprachbehindert sei. Das kann eine Zusatzbehinderung sein zu der geistigen Behinderung, aber Sprachbehinderung und gleichgeistige Behinderung. Das hat der Film nicht sehr gut dargestellt, finde ich. Sondern da wurde viel darauf Wert gelegt, dass Ginny sich eben nicht mitteilen kann und gleichzeitig geistig offenbar auf einem sehr kindlichen Level geblieben ist. Aber auch so ernst dabei ist. Also das beißt sich manchmal auch ein bisschen. Es gibt stille Kinder, es gibt ernste Kinder und so. Aber das beißt sich auch so ein bisschen dieses auf einem kindlichen Level von vielleicht drei oder vier Jahren sein in vielen Dingen. und auf der anderen Seite aber so unfassbar ernst und freudlos. Also Ginny ist sehr freudlos vor allem als Person an vielen Stellen. Was damit zusammenhängen kann, dass so viel fremdbestimmt wird über sie und sie nicht mit einbezogen wird. Und dass vielleicht auch nicht alles durchdringt zu ihr. Ja, das kann gut sein. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde es prinzipiell okay, wenn man sagt, ich muss nicht jede Behinderung irgendwie labeln mit einem bestimmten Begriff. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Das machen sie auch gar nicht. Das machen sie. Also bis auf diese Sprachbehinderung fällt keine Bezeichnung für diese geistige Behinderung. Aber wie du schon sagtest, insgesamt ist es irgendwie nicht so ganz konsistent dargestellt, die Figur. Und das fand ich sehr schade. Und ich finde es halt auch schade, dass es wieder so ein, dass alle in der Familie so furchtbar sind. Auch zueinander. Auch zueinander. Also es klingt im Laufe des Films auch so ein bisschen raus, als wäre der Vater wieder mal die Keimzelle des gestörten Familienverhältnisses. Grüße von der Umbrella Academy. Das finde ich auch schade. Das ist möglich. Das kommt sich ja auch vor. Das ist sehr verdichtet. Es zeigt aber wieder nur die eine Seite, wie sehr Familien darunter leiden, dass es behinderte Mitglieder in der Familie gibt, geistig behinderte Mitglieder. Das ist sicher eine andere Herausforderung, Kinder mit geistiger Behinderung zu haben, als Kinder ohne geistige Behinderung zu haben oder generell Kinder mit Behinderung zu haben. Was ich aber doch wiederum finde, du hast gerade so einen Umgang mit den Menschen, was das auch porträtiert, ist halt die häusliche Pflege. Dass Menschen einfach irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann das nicht mehr, ich habe auch ein Privatleben, so die Heli, die das irgendwann übernommen hat, um dann halt eben für ihre Schwester da zu sein, die dann eben in dem Elternhaus geblieben ist und was eben so unrenoviert und so halbfertig ist ja wirklich mitten im Renovieren, was da passiert. Und steht auch kurz vor der Hochzeit mit ihrem Lebensgefährten in dem Moment. Dir wird gar nicht gezeigt, was ich sehr schön finde. Also im Grunde genommen nur die fünf Geschwister und ganz, ganz wenige Nebenfiguren. Aber sie sagt halt auch irgendwann so, das will sie nicht mehr und sie will das einfach weggeben. Und da geht es gar nicht darum, eine Verantwortung abzugeben, sondern für sich selber auch wieder da zu sein. Ob der Film das am Ende dann gut rüberbringt, möchte ich mal nicht spoilern. Ich glaube, das ist so eine Wertung, die muss man dann beim Zugucken machen. Also wie gehen die Figuren damit um? Und das ist sicherlich nicht die Musterlösung, dass man das so tut. Das ist der Film nicht. Der Film ist nicht ein Beispiel dafür, wie man perfekt mit behinderten Menschen umgeht. Im Gegenteil, würde ich sogar fast sagen. Ist eher ein Negativbeispiel dafür. Aber dann muss man sich hinterher Gedanken darüber machen, ob der Film das nicht sogar eher satirisch sich anguckt und dann feststellt, wie mit Behinderten in unserer Gesellschaft eigentlich verfahren wird. Wird natürlich auch die Nazizeit angesprochen, wo dann eben die Euthanasie stattfand, wo behinderte Menschen wirklich systematisch ausradiert worden sind. Und das findet da ja im kleinen Rahmen auch statt. Das wird auch angesprochen in einem Dialog. Das fand ich auch sehr bezeichnend. Und natürlich wird es angesprochen von einem derjenigen, die sich nicht persönlich kümmern. Die davon profitieren, dass das in unserem Land so gemacht wird. Das wird aber dann jetzt zu weit in die Tiefe führen. Würde ich auch sagen. Da muss man sich den Film dann angucken. Wenn man das wissen möchte, wenn man das näher wissen möchte, würdest du es denn empfehlen? Ich mache mir oft nicht groß Gedanken, was für Filme wir uns angucken. Ich lese mir so ein bisschen die Synopsis durch. Wer spielt da mit? Das Produktionsland. Damit ich ungefähr weiß. Aber ich gehe jetzt in der Recherche vorher nicht so in die Tiefe. Der hat mich mit seiner schonungslosen Darstellung schon echt überrannt. Darauf war ich nicht gefasst. Ich würde den, obwohl der tatsächlich ein bisschen intensiver ist, vergleichen mit Halt auf freier Strecke. Mit dem großartigen Bilan Peschel, der in dem Film einen Gehirntumor bekommt. Und den guckst du in dem Film beim Sterben zu, der Figur. Und das ist ein Film, holler die Waldfee. Das hätte auch niemand anderes spielen können, als der großartige Bilan Peschel. Bitte guckt diesen Film. Einer der besten deutschen Filme der letzten 20 Jahre. Und der beste Film mit Milan Peschel. Gleich nach Jim Knopf. Der macht das noch ein bisschen krasser. Weil du den Verfall halt nochmal richtig siehst. Das ist auch eine Prozedere, was da stattfindet. Und auch wie die Familie damit umgeht. Aber daran hat er mich wirklich erinnert. Also eine wirklich sehr krasse Situation. Auch eine sehr krasse Darstellung der betroffenen Personen. Dass man also das alles wirklich hautnah miterlebt. Du hattest im Gespräch mit der Dame von der Agentur noch gesagt, dass ihr die Kameraperspektiven sehr positiv aufgefallen sind. Die Kameraperspektive ist sehr nah an Genie dran oft. Und du kriegst das aus ihrer Perspektive mit. Dass also Dinge um sie herum passieren. Und ihr Universum im Grunde genommen so 20 Zentimeter um sie herum endet. Und gar nicht so viel mehr davon passiert. Da ist der Film sehr stark. Also in einem ihrer Perspektive. Und das ist ein Film, den muss man wirklich aushalten. Das ist kein angenehmer Film. Nee. Wenn das geht, dann guckt euch ihn an und macht euch Gedanken darüber, wie wir in Deutschland mit Menschen mit Behinderung umgehen. Wie sie aufs Abstellgleis gestellt werden. Und wie selbst in der redaktionellen Betreuung offensichtlich immer noch Ableismus an der Tagesordnung ist. Ja. Ich finde auch, es ist kein leichter Film. Man muss für sich einschätzen, ob man das aushält. Es ist für manche Menschen sicher auch mit einer Triggerwarnung verbunden, würde ich sagen. Weil sehr viel emotionale Gewalt, auch stattfinde psychische Gewalt, stattfinde in dieser Familie. Auch sexuelle Gewalt, muss man dazu sagen. Weil ein Faktor, das muss ich dazu sagen, die einzige Person, die wirklich konsequent nackt gezeigt wird, ist Genie. Das finde ich komisch. Warum nicht auch alle anderen Figuren mal nackt durchs Bild laufen? Das ist sehr unausgeglichen. Das ist der Film schon fast voyeuristisch. Das muss man auch so sagen. Ja, das ist korrekt. Das hat mich auch gestört, tatsächlich. Wie gesagt, ich spreche da keine unvoreingenommene Empfehlung aus. Und das ist auch kein Til-Schweiger-Film, der das Ganze mit einem Wohlfühl-Ding ist. Nein, gar nicht. Also das ist nicht Barfuß von Til-Schweiger. Auf gar keinen Fall. Ich habe den Film nie gesehen. Ja, meine Cousine spielt mit. Naja. Ist das der Film, wo deine Cousine Til-Schweiger gebissen hat? Doch, tatsächlich. Ja, das ist er. Ich bin so stolz auf sie. Der Mann deiner Cousine, möchte ich mal dazu sagen, spielt bei Avengers mit, in dem Civil War, glaube ich. Genau, in Civil War. Ja, ja, ja. So was macht uns das gar nicht. Nein. Also das ist, wie gesagt, kein Film, der irgendwie ein Wohlfühlgefühl bei irgendwem auslöst, der aber durchaus zum Nachdenken anregt, wie du schon gesagt hast, darüber, wie wir in dieser Gesellschaft umgehen mit Menschen mit Behinderung, gleich ob geistig oder körperliche Behinderung. Da macht die Gesellschaft leider keinen allzu großen Unterschied. Das ist wahr. Auch was die Selbstbestimmung angeht. Das ist leider sehr wahr. Das ist extrem traurig. Wenn er zum Nachdenken anregt, ist es gut. Man muss aber wirklich für sich einschätzen, ob man den aushält oder nicht. Und wenn man ihn nicht aushält, finde ich, ist es kein Problem, ihn auszumachen oder zu gehen. Also finde ich völlig vertretbar, in dem Film zu sagen, das ist mir hier zu heftig, das wird mir zu viel, das will ich nicht. Weil er nicht in dem Sinne irgendwie eine große Erkenntnis vermittelt auch. Also keine Lösungserkenntnis in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Abbilden einer Situation. Ja, genau. Gut. Ja, war mal was anderes. Ich habe sonst immer so diese clicky-buntigen, lustigen Filme bisher gehabt, so Science-Fiction-Filme mal in kleinen oder Anime hatten wir ja schon relativ häufig, dass wir Sachen für den Tele-Stammtisch da geguckt haben. Das war mal was anderes. War mal was anderes, ja. In der Tat. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hi, hier ist Patrick und ich habe heute eine Besprechung zum Batman-Animated-Film Hush. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir den Batman-Experten Marc Uhlenhaut dazugeholt. Hi, Marc. Hi Patrick. Experte würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich gucke viel, was mit dem zu tun hat und lese viel. Das tun wohl viele hier, aber du bist mit einer der Ersten, die auch springt, wenn ich sage, hier, Bock auf eine Batman-Besprechung. Du bist meistens so mit einer der Ersten. Ja, das stimmt. Wir haben uns den Film ja, also wir haben diesmal kein Rezensionsexemplar oder sonstiges bekommen. Wir haben uns den Film normal per iTunes besorgt. Genau, spricht vielleicht auch dafür, dass wir wirklich Bock hatten oder haben. Genau. Ja, ich habe mir da auch bei iTunes, wir waren jetzt schon locker zwei, drei Wochen vorher dran. Morgen kommt der Film raus. Genau. Auf DVD und Blu-ray. Mhm. Ja. Willst du mal ein bisschen was zur Handlung sagen? Oh, der Hausdauer war da was raus. Ich kann es versuchen zusammenzukriegen. Im Endeffekt weiß ich gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Kannst du es kurz zusammenfassen? Ich weiß das nicht. Also. Das passiert zu viel. Im Prinzip geht es darum, dass Batman von vielen, vieler seiner bekannten Schurken attackiert wird. Und die verhalten sich aber anders, als sie es sonst tun. Deswegen kommt er dann nach und nach auf den Trichter. Irgendwer wird das organisiert haben. So strange haben sich seine Schurken selten benommen. Und deswegen kommt er da einem ikonischen Killer aus dem Batman-Universum auf die Schliche namens Hush. Heißt so viel wie Stille und nebenbei bahnt sich bei ihm sowas wie eine Liebelei oder Beziehung mit Catwoman an. Genau. Auf die alle gewartet haben. Zu der Zeit, als das Comic rauskam. Und immer noch tun, wie es diese Storyline, die aktuelle mit der Hochzeit gezeigt hat. Ja, aber dir fällt es auch schon schwer, das so ein bisschen zusammenzufassen. Weil doch recht viel passiert am Anfang. Also im Comic. Im Film an sich ist es ein bisschen zusammengerafft. Es passiert eben viel Action, dass du erst mal die Story so ein bisschen zusammenreimen musst. Genau. Wie war denn so dein Eindruck von dem Film? Beziehungsweise hast du da irgendwelche Anmerkungen? Also grundsätzlich war das damals so, als der Trailer rauskam, war ich sehr ernüchternd. Wo er ernüchtert, weil der Stil ein bisschen zu billig ist, was aber quasi generell überall ist. In allen Animationsfilmen von Batman bis auf The Dark Knight Returns und wie hieß denn die andere mit diesem anderen Zeitalter hier? Jack the Ripper mäßig. Gotham by Gaslight und bei Batman Ninja, da war der Stil auch leicht anders. Man kann schon sagen, dass die so versuchen einen einheitlichen Stil zu finden. Achso und bei Batman Turtle, den mochte ich ja, der war ein bisschen aufgebohrt. Jetzt nicht auch dolle, aber die Charakterzüge waren schon ein bisschen bulliger. Hier haben wir jetzt wieder eher so, das fühlt sich so an, als wenn die versuchen mit diesem Standardstil, den sie ab und zu bringen, so ein bisschen wie so eine Serie wirken zu lassen alles. Was bedeutet denn der Comic Batman Hush für dich? Batman Hush war so das prägendste Batman Comic für mich vom Stil her. Also eigentlich viel mehr vom Stil als von der Story, weil hier quasi mein Favorit Jim Lee federführend war. Ich weiß gar nicht, ob es sein erstes DC Ding war, sein eigenes. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber der hat mich damals angesprochen, weil die Cover so cool waren im Endeffekt. Und also für mich lebt das Ding halt von dem Stil und die Atmosphäre, die aufgebaut wird im Comic. Deswegen war ich halt schon so ein bisschen permanent gehypt von diesem Comic und auch am Anfang halt wirklich voller Freude. Und als der Trailer kam, doch sehr ernüchternd, weil mir der Stil einfach nicht so zusagen wollte. Also mit den Erwartungen bin ich quasi in den Film gestartet. Du bist quasi schon ernüchternd reingestartet. Genau. Also bei mir ist es so, ich finde diesen Comic dezent überbewertet. Ich sage jetzt nicht, dass er schlecht ist. Er ist unterhaltsam. Aber ich mag vor allem den Autoren, der dahinter steckt. Der Jeff Loeb. Der hat auch für mich den ewigen Batman-Klassiker The Long Halloween geschaffen. Danach kam quasi die Forze zum Dark Victory und Catwoman damals in Rom. Und so ein bisschen auf dieser Chronologie hat Hush aufgebaut, so ein bisschen in dem, was in diesen Bänden davor passiert ist. Das Besondere an diesen Bänden war eben auch, dass Batman eine richtig starke Charakterisierung bekommen hat. Das erklärt quasi, wie aus dem Einzelkämpfer, aus dem unerfahrenen Einzelkämpfer Batman mehr oder weniger ein Teamplayer wurde. Und wie sich das auch nach und nach mit Catwoman angebahnt hat. Da war auch die Action etwas reduzierter und es konnte wirklich mit Charaktermomenten punkten. Der Comic punktet bei mir in der Hinsicht noch, dass gerade die inneren Monologe, die Batman da hat, die bringen die Hälfte des Witzes mit ein. Man erfährt viel über sein Innenleben durch diese inneren Monologe und auch, was er von einigen Charakteren hält, zum Beispiel von Superman. Genau, du meinst aber jetzt das Comic, ne? Ja, ja, ich meine den Comic. Das ist in Filmen ja einiges außen vor gelassen. Und diese Monologe, die mochte ich. Ja. Vermutlich fehlt mir einfach wirklich viel davor, weil ich die anderen Hälfte nicht hatte. Also die Storys nicht gelesen habe. Das muss ich jetzt mal nachholen, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Weil du bist ja da wirklich anderer Meinung in manchen Punkten. Vermutlich liegt es daran, dass ich halt wirklich viele Aspekte gar nicht kenne oder noch gar nicht gesehen habe. Das wird sich ja dann bald ändern. Ja, also das mochte ich halt im Comic. Also diese ganzen Monolog-Kram, auch die Rückblicke, die so sind. Wir haben auch schon einen DC-Animated-Film gehabt. Da hat die Comic-Vorlage auch mit den inneren Monologen punktet. Die sind bei dem DC-Animated dann auch vielleicht fallen. Das war bei Public Enemies. Also Batman wie Superman, Public Enemies. Da haben Batman und Superman gegeneinander gekämpft. Und da hat man auch quasi die Sicht von beiden. Also von Superman auf Batman und von Batman auf Superman. Diese zynische Sicht von Batman auf ihn konnte man da besser nachvollziehen. Und vor allem ist es jetzt auch hier in diesem Film etwas abgehakt. Durch diese inneren Monologe fehlt dir eben wirklich ein bisschen das Fleisch, das dir erklärt, wieso Batman gerade so handelt, wie er es tut. Oder wieso er einer Catwoman eine Chance gibt. Genau, das ist mir auch gefallen. Im Comic ist es dann zum Beispiel so, der reist nach Metropolis, besucht Superman. Da erfährt man dann auch durch diesen Monolog, dass Bruce Wayne zu dem Zeitpunkt der Chef vom Daily Planet ist. Also arbeitet Superman im Prinzip insgeheim für Batman. Was schon so ein genialer Seitenhieb war. Genau, das war super. Und im Comic kennen die sich auch. Ja. Im Film jetzt eigentlich nicht, ne? Doch, die kennen sich, aber das... Die kennen ihre Identität aber nicht, oder? Doch, doch, das kennen die auch. Aber das wird eben nicht so klar im Vergleich zum Comic. Mhm. Und auch gerade, wo er dann beim Daily Planet aufschlägt und dann sieht er Lois Lane und Superman und dann überlegt er, ja, der Typ ist ein Halbgott und er hat was mit einer normalen Sterblichen. Vielleicht könnte das ja bei ihm und Catwoman auch klappen. Da wirkt es halt so, in diesen DC Unmated wird das so ein bisschen abgehakt. So, ja, auch Catwoman ist gerade so ein bisschen rollig. Er hat gerade auch Bock. So wirkt es im Film, so auf die Schnelle. Ja, ich glaube, wir sollten mal vielleicht kurz sagen, ob uns der Film gefallen hat, weil wir werten ja quasi schon ein bisschen aus. Ja. Also ich kann sagen, ich bin halt wirklich mit niedrigen Erwartungen rein und dachte mir so, hm, und du hast mir schon geschrieben so, äh, das könnte nicht so gut sein. Und ich habe mir den angeschaut und, ähm, war grundsätzlich aber überrascht, dass mich der Film doch mitgenommen hat. Dazu muss man sagen, wenn man das Comic nicht kennt, ist es, glaube ich, sogar noch zugänglicher, als wenn man es halt nicht kennt. Das ist halt aber immer so, ja. Ja, und irgendwie zum Schluss hatte ich den Drang, den Film nochmal zu schauen. Also es ist schon mal gut. Also ich hätte eher gedacht, das wird eine ganze Bruchlandung. Wenn man viel, wenn man sehr tolerant ist, muss man halt, äh, einfach Sachen zulassen. Und dann geht es, ne, wenn man sich aber sklavig an den Comic halten will, als, äh, Betrachter oder Fan, ne, es ist ja meistens so ein Fan-Ding, äh, dann kann man den natürlich auch komplett in die Luft zerreißen. Aber wie erklärst du es dir, dass ich nicht der allergrößte Fan von dem bin und sage, er hat's wirklich? Gerade zum Schluss hin muss man dann als Fan der Comic-Vorlage ziemlich viel schlucken, weil da einen richtig bescheuerten Plot-Twist reinballern, der die Geschichte im Prinzip in seiner Logik so gesehen zerstört und auch dem DC Animated Universe quasi die Möglichkeit verbauen würde, diesen ikonischen Schurken in der Art nochmal wieder zu verwerten. Ja, der Twist ist, das ist alles, die haben halt in dem Film einfach mal immer Charaktere doppelt zusammengelegt, dass immer nur ein Charakter davon auftaucht. Ja. Und dass Bane da auftaucht, ist ja auch nicht so, ne, also eigentlich müsste ja... Nee, nee, Killer Croc müsste da auftauchen, aber da konnten sie sich diese Handlung sparen, dass Killer Croc unbedingt eine Operation braucht, damit er menschlicher wird. Das konnten sie sich auch sparen, indem sie da Bane nehmen und Bane ist grad so ein bisschen auf Agrolaune und will mal wieder Batman verkloppen. Genau. Also das, ja, ich weiß, was du meinst, aber so für mich ist der Clip, also der Film dann auch wieder so ein reiner Actionfilm, der aber irgendwie Spaß gemacht hat, ja. Wenn man sich das, also ich glaube, das muss man einfach fließen lassen und gar nicht groß hinterfragen. Wenn man das tut, dann hat man echt ein Problem mit dem Ende. Also ich war da... Auch mit dem Muttermal auf dem Kopf. Ich würde da jetzt nicht zu sehr in den Spoiler gehen, aber... Oh Mann. Was ich aber gut funktionierend fand, also ich sag jetzt nicht, dass alles schlecht an dem Film war, wenn Batman seine Bat-Familie mit der Beziehung mit Catwoman konfrontiert, da entstehen einige richtig lustige Momente. Die könnten schon aus einer Beziehungskomödie sein, wie Nightwing mit Catwoman umgeht, wie Batman damit umgeht. Genau, auch hier ist es, wir haben hier auch eine andere Storyline, also wir sind ja nicht in der Zeit von Hush, wo es rauskam, sondern wir sind quasi in der aktuellen Animated Story, wo auch Damien dabei ist. Genau. Und das ist auch schon witzig, also das Telefonat mit Damien, das war schon sehr lustig im Auto. Genau, die haben halt versucht, diesen Hush-Charakter irgendwie damit reinzubringen, in die aktuelle Linie. Und das merkst du halt auch. Ja, du merkst das nicht nur daran, so ein bisschen entlarvt der Animated auch den Comic als Action-Feuerwerk, wenn Batman so sagt, hier, Nightwing, wir müssen ermitteln. Und 30 Sekunden später prügeln die sich quasi in bester Liam Neeson-Manier, dann wieder mit Bösewichten und ja, geil, so sieht der Mitteln heute aus. Genau. Ich glaube, das war aber im Comic so, oder? Das war auch im Comic so. Genau, und hier haben sie das halt so ein bisschen zusammengepackt, dass Catwoman da mitmacht. Da gab's ja quasi so Zeitsprünge mit Montagen, wo die halt quasi schon fast in Batman, ja, mit Adam West agieren. Adam West-Style. Aber ansonsten, denke ich, ist der Film schon sehenswert, ist jetzt keine Katastrophe. Und der hat doch relativ gute Kritiken überall bekommen. Ja, was mich verwundert hat, aber du warst wahrscheinlich durch meine Negativmeinungen schon so, ach ja, was erwartet mich jetzt? Und dann warst du dann doch wieder halbwegs überrascht, okay? Ja, deswegen, also, es gab vorher schon Schlimmere und ich würde den so ein bisschen einordnen, auch in diesen Batman-Turtill, auf dem Batman-Turtill-Niveau. Für mich jetzt so, weil der Sohn hat jetzt so. Würde ich nicht, aber ich fand ihn dann doch ein Stückchen besser als die Killing-Joke. Adaption. Stimmt, die gibt's ja auch noch, die hab ich schon verdrängt. Ein wenig Bauchschmerzen hab ich da eben, wenn sie dann irgendwann so Long Halloween als Animated umsetzen wollen. Hush war ja zwei Bände im Prinzip. Wäre dieser Film so viel logischer und schlüssiger, hätte man ein paar Action-Szenen rausgestrichen oder hätte man daraus, wie bei The Dark Knight Returns, einen Zweiteiler gemacht, dann hätte man auch so ein bisschen mehr auf das Innenleben von Batman eingehen können oder irgendwie ein bisschen mehr Fleisch hinzufügen können. Ja, also das fehlt jetzt wirklich. Also ich hab beim Schauen auch gemerkt, so, oh, äh, hätte da mal ein Zweiteiler gemacht. Ihr habt das doch schon einmal bewiesen, ja, dass es funktioniert vor allem nicht. Und so mussten die halt so extrem viel zusammenlegen, was halt auch teilweise dadurch das ganze Feeling aus dem Comic gar nicht aufgreifen konnte. Also du hast halt viele, viele Charaktere, die im Comic vorkommen, Huntress, ähm, gerade am Anfang, generell diese ganzen zwischenmenschlichen Momente, die einen auch in dem Comic manchmal so ein bisschen so Gänsehaut beschert haben, fehlen ja hier komplett, ne? Weil sie es halt so kurz, weil sie es halt so einkürzen mussten, ne? Und genau bei diesen zwischenmenschlichen Momenten hat dann für mich der Comic funktioniert. Da hab ich wieder diese alte Jeff-Löb-Schreibweise dann durchgespürt und die Action-Sequenzen hat er dann vermutlich Jim Lee zuliebe eingebaut, damit er sich auch irgendwie auf seine unverkennbare Art austoben kann. Ja, na, wir, also wir müssen ja nicht dolle spoilern, aber was halt auch schade ist halt, dass Tommy Elliot halt komplett hinten runterfällt, im wahrsten Sinne. Ja. Ähm, die steigen ja, also wenn man's chronologisch irgendwie machen will, kann man sagen, die steigen quasi mit dem zweiten Comic-Band ein. So war das, glaub ich, auch inszeniert. Also, so fühlt es sich für mich an. Ich hatte ja den Comic gerade angefangen, den zweiten Band, und da waren ja quasi, damit sind's ja mehr oder weniger eingestiegen mit der Party. Ja, aber das mit, äh, Poison Ivy und Superman, das war noch im ersten Band. Genau, das haben sie halt quasi reingeschmissen. Und, weißt du, da, da bauen die einen alten Kindheitskumpel von Bruce Wayne ein, und das wurde dann auch super durch Rückblenden getragen. Genau. Machen sie nix draus, so, ah, Gude, ach, wie geht's, ach, ja, super. Dann rettet er. Lange nicht gesehen. Ja, genau, dann rettet er ihm einmal das Leben, ach, wir müssten mal öfter was machen, und im Prinzip war's das. So gesehen. Das, hier gab's aber auch im Comic so einen Schwachpunkt, fand ich, äh, weil sie den auch nicht so etabliert haben, wie er denn zum Ende war, fand ich. Und trotzdem war das ausgearbeiteter. Genau. Also, da war eben echt noch ein bisschen mehr Fleisch dran. Die hatten eigentlich so viel Potenzial, auch alleine die Storyline, also diesen Partner Russell Gould und demjenigen, der die Grube quasi entweiht. Mhm. Das waren, das wären so eine schönen Sachen gewesen, die hätten so ruhig mit reinnehmen können. Oder diese Rückblende, wo Tommy Elliot und Bruce Wayne als Kinder da Green Lantern fliegen sehen, und da so ein bisschen inspiriert sind die Rückblenden. Die waren ja auch nochmal richtig schön in so einem leicht aquarelligen Stil gezeichnet, dass du direkt wusstest, woran du bist. Genau, man konnte schön abtauchen. Also, das hab ich auch beim Lesen wieder gemerkt, man, äh, man kommt da tief rein, in diese ganze Atmosphäre. Man kommt da tief rein und wird dann immer wieder von Action unterbrochen. Das fand ich ja super. Ich weiß, was du meinst. Und hier ist es halt, äh, quasi mehr oder weniger nur ein Action-Folverwerk. Und, ähm, was ich auch positiv erwähnen möchte, ist halt zum Schluss, zum Ende hin, ich lege mein altes Kostüm an. Oder ich brauche ein neues Kostüm, ich weiß es nicht mehr. Und dann sieht er wenigstens ein bisschen ansatzweise so aus wie in den Jim Lee, in der Jim Lee-Version, also von der Farbgebung her. Das ist, äh, das mochte ich. Dann haben sie wenigstens ein bisschen mit dem. Ja. Wir prügeln hier jetzt echt auch einen hohen Niveau ein, weil wir sehen viel Potenzial, das immer wieder aufblitzt. Und das haben wir aber bei allen Animationsfilmen, bis auf The Dark Knight Returns. Hm, ich mochte auch Batman und Harley Quinn und, ähm, Batman Year One, die mochte ich auch sehr. Also, es gab wirklich ... Ja, aber die beiden, also, ne, Year One ist auch wieder näher an ... Frank Miller, ja. Genau, also, die beiden, äh, Dark Knight und, ähm, Year One sind halt sehr nah am Original im Comic geblieben. Und ich glaube, deswegen gefallen sie uns auch so. Weil die Story halt auch schon durchdacht ist komplett, ja. Also, man muss ja nicht, so wie bei Killing Joke, noch so komische Sachen mit einbringen, die eigentlich alle nur verstören. Ähm, die hätten das besser bei einem Kurzfilm belassen. Ja. Sagen wir es einfach so, hast du denn sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Was hat dir sonst noch gut gefallen an diesem Film? Ähm, also für uns, äh, die auf Deutsch schauen, ist die Synchronisation sehr gut. Die hat mir eigentlich gefallen, die war nicht so plump. Mhm. Und, äh, der Soundtrack ist auch nicht schlecht. Also, ich, im Großen Ganzen, wenn man das Comic nicht liest und danach nicht nochmal liest, äh, kriegt man schon einen guten Film. Da passt alles. Also, klar, man kann sagen, okay, was ist das für ein Ende? Oder, was passiert am Ende mit Batman und Catwoman, ne? Was soll das? Ähm, aber ansonsten Musik hatte gepasst, die Action war in Ordnung und, äh, die Synchronisation ist gut. Mhm. Und man kriegt also definitiv einen guten Film. Und, äh, wir haben über iTunes auch die Möglichkeit gehabt, gleich in 4K zu schauen. Mhm. Und, glaub ich, auch wirklich einen super Sound rauszubekommen. Also, das Gesamtpaket passt mir für mich hier schon. Der Preis war ja auch in Ordnung. Ja. Ich hab mir danach ja auch den Comic gegeben, weil, äh, es hat mich eine Stelle mit Catwoman gestört, weil ich dachte, warte mal, warte mal. So aggressiv bin ich sie gar nicht gewohnt. Und dann dachte ich, das war im Comic nicht so. Hm, ja, doch. War schon so, da hat sie halt eine strange Aktion gebracht, die wollen wir nicht spoilern. Wir machen aber kurz hier nach noch einen Spoiler, Quakeradatsch. Wenn du Bock hast. Na klar. Den können wir ruhig noch kurz mit reinnehmen in der Aufzeichnung. Mhm. Ähm, was würdest du dem Ganzen als Wertung geben? Warte, ich, äh, sag's dir gleich, wenn ich geschaut hab, weil ich vergesse meine Wertung immer. Und die, ich nehm immer lieber gerne die, die erste Wertung und das war, jetzt muss ich mal gucken, Batman Hasch, ah ja, dreieinhalb. Und ich mochte den Film, laut Letterboxd. Okay. Ähm, was wolltest du da eben noch fragen? Nee, wie dir der Film halt gefallen hat, ne, was, äh, was war jetzt doof, was war, was war gut und deine Wertung natürlich. Ich fänd's nicht so ein Rohrkrepierer, aber insgesamt baut der für mich dann doch an entscheidenden Stellen schon richtig viel Mist, dass ich dir nicht mehr als ne 2,5 von 5 geben kann. Ja, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, hätte ich, äh, wenn ich jetzt wirklich so auf diesem Comic so rumgeritten wäre, auch gegeben. Ich war überrascht, dass das da wirklich mir so wie verändert. Ja, war ich auch. Ja, dann haben wir's ja eigentlich. Ja, dann machen wir jetzt, wie ist der ist, du und alle anderen sagen, noch mal kurz ein Spoilerbräu auf. Genau. Also, wer jetzt abschalten will, kann das gerne tun. Ansonsten werden wir uns jetzt auslassen über so ein paar kleine Sachen. Aber nur 10 Minuten, maximal. Ich kann noch allen sagen, Leuten, denen dieser Film gefallen hat, befasst euch wirklich mit der Chronologie, liest Batman The Long Halloween, das ist für mich einer der besten Batman Comics ever, auch von Jeff Löb geschrieben. Danach Dark Victory, da wird dann Robin eingeführt. Bei Catwoman damals in Rom wird dann quasi geklärt, was passiert ist, während Catwoman da bei Dark Victory kurz weg war. Ja, und da passiert auch etwas mit dem Riddler in diesem Comic. Da könnten jetzt ein paar hellhörig werden, aber das nimmt dann eine Zeit lang in der DC-Historie so ein bisschen die Entwicklung vom Riddler vorweg, was in diesem Comic passiert. Genau, also ich hab's mir halt also aufgeschrieben, ich werd mir das noch nachholen. Und danach gibt man sich Batman Hush und dann hat man im Prinzip ein Action-lastiges Finale, das dann so ein bisschen in der Charakterisierung schwächelt. Aber es für mich nicht so enttäuscht war wie zum Beispiel The Dark Knight Rises, aber das ist jetzt so eine andere Sache. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Spoiler zu. Genau. Ja, was sagst du zum Tommy Elliot Debakel? Das war echt schade. Das war wirklich so ein Mist, das haben die ja bei einem der Arkham Games, da haben sie Hush auch so geil eingeführt. Da denkst du erst, du spielst Bruce Wayne und dann ist das quasi Hush, was ich einfach super geil gemacht fand. Und gerade, wieso führst du diesen Charakter ein, wenn du ihm dann nicht diesen Twist gibst? Der hätte danach erstmal von der Bildfläche verschwinden können und jeder weiß im Prinzip, könnte der jederzeit Bruce Waynes Identität annehmen, wenn er den Bock hätte. Ja, das war halt schade, weil auch gerade im Comic gab's halt so eine brüderliche Verbundenheit zwischen den beiden. Und die ganzen Elemente, die sich ähneln und diese Bindung, die sie hatten. Schade fand ich aber auch im Comic, dass die dann einfach so plump gesagt haben, ja, meine Kindheit, ich musste so lange warten, bis meine Eltern verrecken, um so böse zu werden. Das kam mir zu schnell. Also ich hätte gern, ich hab zwar generell beim Lesen immer das Gefühl gehabt, dass da mehr Hintersteck hinter ihm, weil er immer so ein verschmitztes Lächeln hatte oder so ein hinterhältiges, so einen hinterhältigen optischen Charakter. Also man gleicht das ja mit seinen Erfahrungen ab und er sieht halt so aus, wie so ein Typ, der schon gemein sein könnte. Alfred spoilert das ja sogar im ersten Band recht schnell und sagt, mein Gott, ihr seht euch so ähnlich. Ich find's halt wirklich schade, was die dann potenziell verschenkt haben. Der taucht auch in der Comic-Historie, auch zum Beispiel bei dem Gotham City Sirens, spielt er sogar mal auf. Ja, auch in der, ähm, in der Serie, ne, in der Gotham-Serie ist ja auch, gibt's ja auch einen Tommy Elliot, wie sie sich prügeln will. Ja, ja. Also der taucht immer mal auf und da denkt man immer so, oh cool, ja, da könnte noch was kommen. Ja, ne, das ist schade auch, äh, dass sie halt diese ganze Nummer mit Catwoman, die ist ja auch gerade am Ende, das hatten wir ja geschrieben, dass der, das, oh, Beziehungs-Aus. Weil sie ihn natürlich, äh, ne, den, den Riddler umbringt und, ja. Sie bringt ihn nicht um, sie will ihn umbringen, Batman rettet ihn und deswegen macht sie Schluss. Genau, ja, aber das war auch so ein Ding, da hätte ich mir, da hätte ich mir erwartet, dass er sagt, ne, so nicht, tschüss, so, ja, und nicht, oh, du kannst dich nie erinnern. Nee, im Vergleich, das war für mich auch so ein Knackpunkt, sowohl beim Comic als auch im Film, wo sie dann einfach mal Lois Lane von so einer Plattform runterschubst, um Superman zu reaktivieren und spätestens sowas ist doch im Prinzip der Moment, wo der Batman, wie wir ihn kennen, dann sagen würde, ey, ich hab nix mit Mördern am Hut. Na, obwohl, das war ja im Comic eindeutiger, ne, da hat er ja gesagt, ich hab ihr vertraut und ich wusste, dass du sowieso sie rettest. Ja. In jedem Moment, ja, und Catwoman hätte sie auffangen können. Also, das war ja schon ein Plan, den sie hatten, so kam das für mich rüber. Ja, aber das war ein Film so abgehakt, wo man dann denkt, äh, äh? Ja, ja, genau. Da kam das so plötzlich, ja. Da wirkt die Stellenweise sogar ein wenig biestig und ich mag Catwoman eigentlich total, das ist wirklich nicht unbedingt ein Antagonist, aber so eine nette Fan-Fan-Fan-Fan. Teil, die sie im Batman-Universe installiert haben. Na, hier kamen sie so zickig rüber, ne, an manchen Stellen. An manchen Stellen, ja, und dann wirkte sie auf einmal, als hätten sie den Charakter da so, den Knopf geswitcht. Auf einmal ist sie wieder total nett zu ihm, oder? Genau. Na, was ich halt auch schade fand, wie du schon gesagt hast, war das mit der Rasa Al Ghul, dass der Part halt komplett fehlte. War der überhaupt da? Ne, es war bloß diese eine Lady Shiva. Mhm, und es wurde die, äh, wurde die Quelle von Rasa Al Ghul erwähnt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch, ich glaube, die wurde erwähnt. Ach nee, Quatsch. Oh, das ist jetzt, ja, es kann sein, dass du recht hast, dass die das auch rauslassen haben. Und dann, dann haben sie auch noch Clayface quasi mit eingebracht. Na, hier, ne, die größte Nummer, die Gänsehaut gemacht hatte, war ja eigentlich auch Jason Todd. Mhm. So als, so für mich so. Und das fehlt ja auch leider komplett. Das ist so quasi der Punkt, wo im Comic halt so auch gesagt hast, oh cool, so, ja, was soll das jetzt? Und dann war es halt Clayface, ist auch klar, so, ja, aber das hätten sie wenigstens noch mit reinbringen müssen, weil es ja sein größter Fehlschlag war. Wie gesagt, ich finde den Comic dezent überbewertet. Ich, das ist halt ein typischer Blockbuster, er macht Spaß, tut nicht weh. Aber wenn du da jetzt daneben die ganzen prägenden Batman-Werke daneben stellst, sowas wie Arkham Asylum und so, sag ich, ja, doch, ein bisschen was fehlt mir dann eben doch. Na klar, du hast ja auch einen ganz anderen Background. Also, ist doch logisch. Ja. Das ist doch immer so. Also, wenn das jetzt quasi das Finale von den ganzen Storys ist, die du vorher schon kanntest, kann man das ja verstehen. Okay. Na ja, grundsätzlich ist aber alles gut, die laufen. Fast. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was haben sie da noch zusammengelegt? Da war ja noch, da haben sie noch irgendwas zusammengelegt, was mir gleich aufgefallen ist, so, Harley Quinn, war die dabei? Ja, Harley Quinn war kurz dabei in der Oper. Ja. Und Joker war auch, der kann auftreten, wirkte wirklich so, ach komm, wir brauchen den Joker mal für fünf Minuten. Komm, komm, Joker. Genau. Und im Comic wird das ja schön zelebriert und das gibt so einen Schockmoment und das ist eigentlich ganz cool. Ja, ach, das war wirklich dieser Schockmoment, wo der Joker dann Tommy Elliot erschießt im Comic. Genau. Ach so, war das im Comic, ja. Das war auch im Comic, nur ist er dann im Animated tot geblieben. Genau. Ja, stimmt, so war das, ja. Dadurch haben sie das quasi erklärt, dass er gar nicht da ist, ja. Und plötzlich ist der Rittler ganz alleine und nur verrückt geworden über die Lazarusgrube und hat noch ein schönes Rittler-Zeichen auf dem Kopf. Das war dumm. Oh. Ja, das hat richtig wehgetan und wie Catwoman auch dann in diesen Greifarm festhing und dann kurz davor war nie Müllpresse geschmissen zu werden. Das hat mich so an Toy Story 3 erinnert, wo ich denke, was hat das bei Batman zu suchen? Ja, so ein paar Sachen waren halt extrem hölzernd. Also cool wäre auch gewesen, wenn sie diese Opernummer so ein bisschen ausgebereitet hätten mit hier, wie heißt sie, die ältere Frau? Leslie Tompkins? Ja, das war so ein schöner, das war auch ein schönes Ding im Comic, so. Ja. Das hatte halt einfach so, jeder, der Batman ein bisschen länger kennt, kennt halt die Charaktere und da passieren so ein paar Sachen, die einfach schön sind, ja, in dem Moment. Mhm. Ja, fehlt halt auch alles. Eben, das meinte ich, ich erkenne die Qualitäten des Comics an. Mhm. Haben die auch zusammen diesen Batman, diesen Superman-Bant gemacht, die zwei, die danach kamen? Wo auch Jim Lee gezeichnet hatte? Ich glaube, ja. Weil der ist auch nicht so schlecht. Da gibt es so ein paar Momente, die ganz cool sind. Der ist sogar noch mal eine Spur stumpfer, als jetzt Batman haschen. Eine ganze Spur, das ist dann wirklich Testosteron-Purzene. Aber die haben da auch so ein paar Metaphern drin, die nicht schlecht sind, dass Superman kein Krebs sein kann. Und auch wenn Superman alle Waffen wegnimmt, werden die Leute sich immer bekriegen. Das war nicht schlecht. Gab halt so kleine Pieks, die mir immer im Kopf bleiben oder blieben. Aber ich werde mal die anderen Sachen noch nachholen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Jeff Loeb oder Mark Miller war, der den Public Enemies geschrieben hat, aber... Warte, das kriegen wir hin schnell raus. So, Brian Azzarola. Wird das ausgesprochen? Azzarello, würde ich sagen. Azzarello, ja genau. Ist das jetzt der oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer. Egal. Auch gut. Aber gut, aber den mochte ich auch. Den Band, den habe ich auch hier, der Peter. Ja, stimmt, man blättert durch und sieht viel Action. Ah, es ist auch ein geiler Stil. Ja, gut. Nee, dann haben wir es, wa? Dann lasst uns jetzt das beenden. Und wir wünschen allen, die noch dran geblieben sind, viel Spaß beim Filmen und generell viel Spaß beim Filmeschauen. Ja. Tschüssi. Ciao. Ciao. Applaus Vielen Dank.